Hier präsentieren wir die 5 beste Mixer Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Profi Cook 500 1096 PC Kilometer 1096 XXXL Küchenmaschine. Diese Küchenmaschine der Marke Profi Cook ist, wie der Name schon sagt, ebenfalls für den professionellen Einsatz geeignet. Die ummantelte Edelstahlschüssel hat ein Fassungsvermögen von 10 Litern, so dass sie große Mengen an Materialien verarbeiten kann. Selbst schwere, seidige Teige können mit dem 1500 Watt Motor geknetet werden. Mit einem Preis von rund 210 Euro liegt die Maschine bei einem Gewicht von 11,7 Kilogramm im mittleren Preissegment. Das Gehäuse und die Schüssel bestehen aus Metall, was der Maschine ein hochwertiges Aussehen verleiht und sie leicht zu reinigen macht. Der Handmixer mit Geräteständer von Bosch kombiniert die Funktionen eines herkömmlichen Handmixers mit denen eines Mixers. Er vereint die Vorteile beider Alternativen. Das Gerät ist klein und tragbar, aber dank des Geräteständers können Sie auch andere Dinge tun, während das Gerät rührt. Durch die relativ geringe Leistung von 450 Watt kann das Gerät vor allem bei kleineren Mengen oder höherem Flüssigkeitsgehalt optimal eingesetzt werden. Da das Gehäuse aus Kunststoff besteht, wirkt es zudem nicht so hochwertig wie metallbasierte Varianten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Bosch Küchenmaschine MUM 5 Creation Line MUM 58 L20 Die Bosch MUM 5 Creation Line Küchenmaschine glänzt vor allem durch ihre Vielseitigkeit. Mit einem Gewicht von 6,4 Kilogramm und einer Leistung von 1000 Watt ist sie ideal für erfahrene Hobbyköche, die gerne eine Vielzahl von Speisen zubereiten. Er ist in 6 verschiedenen Farbtönen erhältlich und passt damit in jede Küche. Im Lieferumfang enthalten sind eine 3,9 Liter Edelstahl-Rührschüssel, ein hochwertiges Patisserie-Sät mit Rührbesen, Schneebesen und Knethaken sowie ein Durchlauf-Zerkleinerer mit 3 Scheiben zum Rasperlen, Reiben und Hacken und ein Mixer-Aufsatz. Weiteres Zubehör kann separat erworben werden. Nummer 2. Bosch Hand-Rührer Ergo-Mix MFQ 36400 Der Bosch Hand-Mixer verfügt über alle Funktionen, die ein guter Hand-Mixer haben sollte. Das Gerät ist preisgünstig, leicht und leistungsstark. Die beiden Aufsätze des Geräts sind spülmaschinenfest und es läuft leise mit 5 verschiedenen Geschwindigkeiten. Die Marke Bosch ist für ihre außergewöhnliche Qualität bekannt und bietet ihren Kunden 2 Jahre kostenlosen Produktsupport. Der Hersteller empfiehlt, das Gerät nicht länger als 10 Minuten am Stück zu benutzen, da es keinen automatischen Abschaltmechanismus bei Überhitzung hat. Und die Nummer 1 unserer Liste, Leopardner Küchenmaschine Rührmaschine. Die AgiCock Küchenmaschine ist ein hervorragender Alleskönner zu einem fairen Preis. Mit einem Gewicht von 5,4 Kilogramm ist der Mixer nicht nur tragbar, sondern auch stabil. Selbst auf der schnellsten Stufe sorgen die zusätzlichen Saugfüße für einen sicheren Stand und machen den Mixer äußerst betriebssicher. Das schwarze Edelstahlgehäuse des Geräts ist attraktiv und leicht zu reinigen.